indiana jones und das zifferblatt des schicksals handlung erleben sie die rückkehr des legendären helden indiana jones im fünften teil dieser beliebten verwegenen filmreihe indy befindet sich in einer neuen ära nährt sich dem ruhestand und ringt damit sich in eine welt einzufügen die ihm entwachsen zu sein scheint aber als die tentakel eines allzuvertrauten bösen in form eines alten rivalen zurückkehren muss indy seinen hut aufsetzen und seine peitsche noch einmal aufheben um sicher zu stellen dass ein uraltes und mächtiges artefakt nicht in die falschen hände gerät nach jahren der vorfreude bringt lucasfilm ein weiteres indiana jones abenteuer auf die große leinwand indiana jones and the dial of destiny kommt am 30 juni 2023 in die kinos wobei harrison ford seine ikonische rolle als unser lieblings archäologe auf der leinwand wieder aufleben lässt ford wird von einer reichen besetzung unterstützt darunter phoebe warr bridge antonio banderas john reese davies schon erne wilson thomas kretschmann toby jones boyd holbrook oliver richters ethan isidor und marz mickelson indiana jones and the dial of destiny wird von james mangold inszeniert kathleen kennedy frank marshall und simon emmanuel produzieren steven spielberg und george lucas fungieren als ausführende produzenten john williams der jedes indie abenteuer seit dem ursprünglichen raiders of the lost ark im jahr 1981 vertont hat komponiert wieder einmal die film musik